So Leute, damit wieder ein herzliches Willkommen, man sieht schon, online. Ich muss da eine kleine Abweichung machen, sagen wir es so. Ich muss wirklich leider eine kleine Abweichung machen. Ich habe ein Dach gehabt. Ich wollte unbedingt mit euch Story-Modus machen, dies, das jenes, damit wir da wenigstens jede Mission, einmal, das sieht man wenigstens eh, abgeschlossen, dies zum Beispiel, nein, das wäre, können wir losstarten. Das wäre, können wir starten, perfekt. Jetzt haben wir wenigstens wirklich jede Mission abgeschlossen, für die Story-Mission, weil, ich kann sie nicht starten. Ich kann sie einfach nicht starten. Jetzt habe ich wieder 20 Minuten eigentlich, ist zwar jetzt ein bisschen eine Mad-Geschichte, aber es gehört dazu. Habe ich jetzt umsonst losgestartet? Komplett für umsonst? Und immer wieder und immer wieder und immer wieder, was du probierst, 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 geht dann wieder nicht, bist du ein bisschen auch wieder hinterherst, etc. Bereit ein paar Aggressionen loszuwerden, halt. Ist halt so. Aber. Let's go, würde ich sagen. Let's go. Na, warte, na, warte. Warte, 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 warte. Wie machst denn du das? Überheeren? Achso, ja. Perfekter. Ja, perfekt ausweichen. Das wird schon gay irgendwie, oder, Digi? Ich überlege nur. Perfektes ausweichen. Ja, na, schau. Geht ja eh. Geht ja eh. Dass du ja keine Angst hast vor dem Großen, weißt du? Ich würde sagen, das war der Avengers würdig. Finden Sie nicht. Uff, klar, doch, oh, nur klar, doch. Avengers würdig. Wo war der Avengers würdig, oder wenn man in die Pappen kriegt? vär0- Exakt, exakt. 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 jetzt das ist jetzt was die jungen abruf die brüder können doch mal schaden es ist jetzt schon vorbei nein Nein! Oh Mann! Ist die auf mein Verband? Oh und wie, macht Zorn herstellen und wie, Alter und wie? Oh, naschallah! Gib mir ja weiter! Warte, war viel zu wenig Leiden, viel zu wenig Gegner. Es gibt sie nicht. Es ist eine schwache Partie, eine ganz eine schwache Partie. Das wird recht, denke ich. Gut gemacht. Wie er noch extra drauf fällt, obwohl er wegteleportiert wird. Pippi fein! Knochen-Schüttler! Er braucht Knochen-Schüttler! Steff oder? Gönn doch mal, gönn doch mal, Tigi! Warte noch mal! Scooty! Okay, jetzt ist er wieder schüchtern, was denn? Ah, jetzt haben wir was. Ich steff! Maschallah! Brudi! 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 Alter! Jetzt geht's noch mal ausprobiert! Und jetzt, wie du so groß sind? Oh, Gegner, weil ihr lebt! Gern! Oh! Shit! Shit! Wir sind in der letzten Zeit da. Ich hab jedes Mal nur bei dem Raum. Es geht halt einfach! Alter! Ehe dir! Wow, wow, wow! Aber schön ausgewichen! Nee! Eingefroren gibt es auch! Boah! Das hab ich nicht gemusst! Das hab ich nicht gemusst! Oh, jetzt ist er, jetzt ist er wütend! Bis Deppi da! Jetzt hat er kriegt! Jetzt hat er kriegt! Danke Schleichte! Wie war das nochmal mit dem Schaden? Irgend so eine wöchentliche war das, oder? Nein, das ist wieder so eine tägliche Zeit, hundert Prozent. Komm mal, noch einen Huhn. Oh, hoppala. Fangen wir mal die hin. Oh, das wird jetzt wehtun. Oh, das wird wehtun. Bist du deppert. Viel Spaß. Zeig mal her. Ist das die, ah, hoppala. Ist das die wöchentliche? Das gute ist wenigstens. Die bleiben hängen. Da kann ich wenigstens mit mir ein bisschen umschauen. Das ist, ja, oida. Täglich, wöchentlich. Und da haben wir gleich mal. Perfekt, alter, perfektes. Oh, das gefällt mir. Da bin ich wenigstens schon mal gestiegen. Ja, ja, oh, super. Das ist gut, das ist gut. Ja, ja. Das ist gut. Achtung. Gumm. Gumm. Na warte, na warte. Ich komm auch schon zu dir. Ich komm auch zu dir. Ach, schee. Da fliegt's nur weg. Bevor der noch irgendetwas mehr machen kann. Tach, dass wir halt die Mission allein machen. Aber wir müssen ja auch mit dir mal… Achtung. Na warte, wo ist wieder weg gehen. du hast du da du 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 verkriez scheiß es gibt abstand abstand dusch gecupe du musst wo mad ok okay okay ja vielleicht lieber doch aufhören aber hey aber das auch hier mit dem halb erledigt war relativ angenehm wo wirklich angenehm schauen wir sich gerne das nächste